und mein name ist dann die rolle und ich begrüße euch zurück zuletzt bei super smash bros ultimate ja hier geht es noch ein bisschen weiter ich glaube heute oder gestern ist der erste dlc kämpfer rausgekommen und ja darum werden wir uns in diesem pack nicht kümmern ja keine ahnung ich habe noch nie ein video gemacht über die piranha pflanze und den klassischen moos und ja würde ich mal sagen machen wir das bevor wir in den nächsten part und um den dlc kämpfer kümmern werden und ja ich würde sagen übrigens hat meine musik winter und so passen aus braun musik awesome ja gehen wir mal in den klassischen moos und wir werden auch schon entdeckt den nächsten charakter sehen immer im nächsten part spielen und ja wo wir einmal die piranha pflanze und joker aus persona 5 und ja und nehmen wir uns im nächsten part kümmern zusammen mit irgendwas anderem noch was ich gerade schön entdeckt habe und ja immer einfach mal direkt rein ein blümchen zeigt sehen wie kann ich noch mal die dings wechsel kostümen natürlich werde ich hier noch kurz herausfinde wie das spiel noch mal funktioniert ist schon ein bisschen her also ja immer die wird rein da und ich habe keine dings oder doch auch neun stück tickets soll man am anfang genau stimmen wenn man am anfang einsetzt dann bekommt man glaube ich bessere belohnung am ende so war doch gut den länden okay irgendwie muss erst mal wieder reinkommen ich wollte keine ahnung was ich gerade gemacht habe war normal ist so ein bisschen überfordert ich kämpfe direkt gegen drei leute was macht diese kugel die haben sich selber umgebracht wird so nach oben mache ich so ein ja alles klar unten habe ich glaube ich schon mal gesehen da strecke ich mich so boom penetriert ja die attacke versteht irgendwie nicht so es hat einfach nur damit ich wollte über mir treffe oder was da okay ja ich habe irgendwie geschafft also wollte eigentlich da bitte noch gegen ein gegner und auf eine größere map wenn es geht neutral smashes hat hier ich einfach nur nach oben irgendwas hier schießen das gut wenn jemand unter mir ist wahrscheinlich ja wenn ich nach rechts ist mehr stücke dann lade ich irgendwie mal auf und dann durch gift schwein okay ich drücke dann kann ich den hier machen vielleicht mich in eine richtung aufladen wartet auch so ja mit lays dinge du war naja ist ein bisschen mehr da ich das match gespielt habe stopp so ein bisschen nachdem ich den letzten part aufgenommen habe habe ich noch ein bisschen gespielt aber das ist jetzt auch schon monate her glaube ich also ja ich versuche hier noch rein zu kommen wieder ok boom aufladen gibt dort die vergiften ich nehme an von beiden seiten gepeitscht da muss jetzt gerade natürlich hochgehen und ich werde kein ding sein ich bin schon fast wieder auf 5.3 er frustrat dagegen die beiden ist gar nicht mal schlecht weil wir haben nicht so eine gute rettung ja wir haben ja warum haben die piranha pflanze sein kämpfer gemacht wahrscheinlich auch einer dieser leute die irgendwie verwirrt ist deswegen aber ja was soll man machen wir haben wir haben wir haben ihn jetzt ohne kohle und da oder sie keine ahnung das order kommen damit ein master wo die world gespielt also aber damit gedrückt halte kann ich das ding in der luft halten gut und always diese piranha pflanze gegen die man kämpfen muss ich da kann ich denk mal da kann ich nicht mehr ja 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 das ist zum Beispiel auch die ich bin nom 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 strecken weil zwei dörte kämpfer okay haben die alle mit blumen zu tun die charakter ich habe jetzt nicht aufgepasst so wie sie auf jeden fall aber sie war länger als ich aber gar nicht hier noch mal kommen ein gesetz ich kann irgendwie flattern ich habe ding ist an stimmt da wollte ich nicht machen die man hat nein dann auch wir als einst mein gott also war gut ich wollte braucht wird bist du ich kann eigentlich voll hinter dem dingen kämpfen und ich die ganze zeit so strecken aber ja mein gott bin schlicht ja jetzt irgendwie zu erwarten hau gewerkt ihr seid feuer ihr seid sehr aktiv gegen mich am besten immer dieses gift aufladen ich nehme an je länger man auf geht es so länger bleibt das ding weil ich sehe jetzt nicht so ein unterschied passiert wenn dann wenn ich dann länger auflade ich glaube ich mache mir schaden wenn gift nicht hilft dann vorher eben weg was gar nicht mit die links ist doch weiß ich schon ach man ja ich wollte das nur sehen das war der old man das habe ich mal im trailer gesehen irgendwann mal vor ionen gezeigt wurde heute sich in diese diesen boss aus brawl pt oder irgendwie so ein pt piranha ist so eine riesige piranha pflanze so zwei käfige mit sich hat muss man früher irgendwie und das ist ein selder und pg mit aus befreien ist da immer was von brawl nein das punkte nachholen und ich komme ich gegen die bosse irgendwie besser klar ich habe das gefühl gegen die komme ich ein bisschen besser klar aber schauen wenn man da was ist ptv ran ja weiter lasst ok warum dann zu gegen tag dann hat macht aber keinen sinn mann ja gut jetzt die bosse habe ich halt raus mehr oder weniger sagte er bevor getroffen wird dieses mal gibt schon wieder abgelaufen da einfach jeden habe das hat ja ich bin letztes mal geschossen in hauer gott und gott ich bin voll auf die fresse nein das gibt es jetzt nicht ja mein schild ist da noch kaputt müssen wir meinen dingen habe ich nicht gerade so ein ding platziert ja er ist nicht ein charakter mit denen ich jetzt so gut klarkommen wäre das gefühl das gibt es jetzt nicht ich verfehle die ganze die items hier weg von mir mein gott war weil ich im morgen sterne von den gegen die fresse ja könnte vielleicht noch etwas werden wenn ich glück habe wie tut er jetzt noch zwei machen was er schießt im dritten link wieder hinten irgendwie nahe in falsche richtung gott da wollte schon sagen alter da wäre jetzt gut wenn ich das jetzt schaffen würde die weg rennt oh gott ich habe es noch nie geschafft den schweif abzuhauen und schwanz abzuhauen jetzt so ist kann glaube ich willst du geweck ich bin jetzt voll dämmlich getroffen ja schießt nur zweimal jetzt habe ich das gefühl da habe ich mit dem damit erledigen okay gut wie ist es dem boss mit dem ersten versuch geschafft da ist der auch nicht über acht was sollt ich bin zufrieden ja weil er jetzt schon monate her ist kann ich jetzt irgendwie nicht mehr erwarten und ja da ist dem part sind wir ja schon fertig weil in diesem part machen wir dann ein bisschen mehr weil dann auch noch den klassischen muss machen hätte ich schon irgendwie viel früher machen sollen weil er weiß ich nicht ich glaube als ich das spiel noch gespielt habe dass die piranha pflanze auch schon draußen gewesen aber ja hatte ich da irgendwann kein muck wenn man froh dass das spiel vorbei ist also projekt die aufnahmen und ja wenn wir doch heute machst du jetzt mal wie die piranha pflanze und im nächsten fall was joker warum nicht dann hast du wenigstens auch ein bisschen kompliziert wieder da kann ich wieder pause machen ist ja nicht auskommt naja ich kann noch mal ein paar online matches versuchen und ich habe noch keiner jetzt mal online gespielt wo ich glaube ich habe einmal online versucht zu spielen aber etwa so unglaublich schwer am lecken das ging nicht aber ich glaube ich habe auch irgendwie ein paar hat irgendwann mal hochgeladen zu der zeit also ja dann glaube ich nicht gleichzeitig hochladen und online spielen weil sonst wird hat unglaublich viel lecken aber ja das habe ich so ein bisschen abgeschreckt aber vielleicht manchmal ein bisschen wenn der in der bedarf hoch ist und ich glaube also ja ja mal auch meine ich glaube dem hat wirklich so am samstag hochladen oster samstag und oster sonntag und dann der joker jetzt haben wir sagen wir robin und den joker jetzt brauchen wir nur noch batman oder 16 16 minuten ich kann noch einige geister kaufen und so danach mal gucken ich glaube ich habe schon den kämpfer geist von der pflanze aber schauen ein paar sachen noch im nächsten part machen also ja ja hier wird ein bisschen kürzer nichts ein bisschen länger warum piranha pflanze ins match passen kämpfer ist da wird jetzt einfach mal so im raum stehen gelassen und ja ja gerade ist das untergrund thema du sollst remix irgendwie da gibt mir belohnungen die wir eigentlich schon fast alle geistern macht das jetzt nicht so unterschied und ich jetzt bekommen glaube ich das ist nicht so gebracht was soll es okay ein karakter noch übrig und das ist joker und den knüpfen wir uns im nächsten part vor wie ich sagen ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und würde mich freuen wenn ihr einen ein dass er im master macht ein cameo in diesem part ja wir sehen uns ja nächsten folge und ja du hast ein abo und kommentar wäre richtig nett von euch und dann sagt tschüss bye bye hast du da bist du nachdem bis bald komm ich komm 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 Untertitelung des ZDF, 2020